Mein Onkel schläft hinter der Plexiglasscheibe. Warum ist dein Onkel hinter einer Plexiglasscheibe? Und du? Ich bin hinter keiner Plexiglasscheibe. Ich kann dem Björn sagen, dass er mich zu euch fährt. Björn ist schnell mit seinem Opel. Ja, ist das schnell? Wie schnell fährt sein Opel? Moin Meister! Hallo, wie geht's euch? Hört ihr mich? Ja, wunderschönen guten Abend. Was wollen wir da machen? Das ist ein bisschen... Ich... Max, komm mal hier auf. Was ist? Ach so, du bist ja schon auf dem Weg. Ja, wie geht's euch so heute? Ja, ich sag mal so, den Umständen gut. Ich war heute ein bisschen spazieren beim Wald. Und es ging also... Ja, es geht eigentlich nicht. Und hier? Scheiße. Nee, warte. Ich mach gleich mal ein Mikro. Äh, nee, ist es nicht. Nee, warte. Kann ich dir eine Sache fragen? Ja. Äh, du warst ja heute im Wald spazieren, oder? Ja. Warum spielst du jetzt um 3 Uhr nachts Fortnite? Ach so, ich darf bei meinem Onkel. Weil du bist bei deinem Onkel? Ja. Warum spielst du jetzt um 3 Uhr nachts Fortnite? Ja, weil du keinen Fernseher haben. Ihr habt keinen Fernseher? Nee. Junge. Und mein Onkel schläft hinter der Paxiglasscheibe. Warum ist dein Auto hinter einer Paxiglasscheibe? Weil da eine Scheibe zwischen uns ist. Ist einer von uns bei ihm eingeschlafen, oder ist das einfach nur? Nee, der ist nicht eingeschlafen. Also, ich glaube, er liegt auf der Couch. Aber, also, von dem Zimmer von meinem Onkel, das Schlafzimmer, wo ich jetzt bin. Und das Wohnzimmer hat eine Paxiglasscheibe. Damit man durchsehen kann. Ah, okay. Jetzt hab ich's verstanden. Ja, der will das eigentlich sehen. Der hat das nur wegen mir eingebaut. Oh, ihr findet es ehrlich dich nervig, oder so? Nee. Oder einfach nur so? Äh, ach so, damit er dich nicht hören muss, oder so? Nee, er will einfach schauen, was ich mach. Und du? Äh, ich bin tatsächlich hinter keiner Plexiglasscheibe. Oh, weil ich bin selbst. Ich bin hinter keiner Plexiglasscheibe. Okay. Aber, ähm, wie kann ich das jetzt fragen, ohne dass es komisch wird? Ähm, hättet ihr mal Lust, zu mir zu kommen? Also, also, nicht komisch denken. Nur zum Zocken und Chips essen. Ja, aber keine Ahnung, kann man sich ja nochmal überlegen. Man kann sich auch mal ein bisschen kennenlernen, so, und dann kann man weiterdenken. Ja, dann könnte ich mein Onkel Bescheid geben und könnte auch bei mir übernachten. Wie alt bist du eigentlich? 16. Und du? Oh, ich bin auch 16. Also, ich wohne in Bayern. Ich wohne nicht in Bayern. Ja, das ist halt problematisch, weil ich glaube, wir kommen nicht in ein paar Stunden zu dir direkt. Weil wir, äh, sozusagen, äh, am weitesten voneinander entfernt wohnen. Du bist an der einen Seite, äh, Deutschlands und wir auf der anderen Seite. Aber ich kann dem Björn sagen, dass er mich zu euch fährt. Also, er ist ein Kumpel. Ja, aber ich glaube, dass wir trotzdem ein bisschen dauern. Nee, aber Björn ist schnell mit seinem Opel. Ja, ist das schnell? Ja. Wie schnell fährt sein Opel? Das weiß ich nicht. Du weißt nicht, wie schnell sein Opel fährt. Nein, dann würde ich mich nicht mit dir treffen. Nee, der fährt nicht nur zu euch. Also, er kommt nicht in das Auto. Der will auch nicht, dass er mit in das Auto kommt. Aber warum weißt du nicht, wie schnell sein Opel fährt? Ich guck dann nicht, ich guck immer auf dem Boden, wenn ich im Auto bin. Aber guckst du nicht mal so kurz zu ihm? Nee, dann wird mir schlecht. Dann wird mir schlecht. Und dann willst du acht Stunden auf dem Boden gucken? Ja. So, was ist mit irgendwie auf Handy gucken oder so? Nee, ich hab kein Handy. Oh, das ist natürlich schlecht. Du musst einfach nur acht Stunden auf dem Boden gucken. Ich möchte das. Also, du möchtest acht Stunden oder, keine Ahnung, sechs Stunden oder so. Einfach nur auf dem Boden gucken. Ja, da, wo meine Füße sind. Auf dem Boden in einem Augenblick. Und so lachen die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Das frag ich dich auch. Nein, es ist bei mir immer so, dass ich so bei späten Uhrzeiten wie zwei oder drei oder ein Uhr immer bei jeder Scheißsache lachen muss. Egal was es ist. Es hat keine Bedeutung. Ist Bayern eigentlich schön? Ja, außer die Angela, die mag ich nicht. Also, das ist einer, der bei uns in der Nähe wohnt. Ich sag immer, ich soll weggehen von dem Platz. Aber ich will ja eigentlich immer nur da sitzen und gucken, wie sie die wand, ob die die neu gemacht haben. Und ich sag, ich soll da immer weggehen. Okay, und weißt du, warum sie das sagt? Weil das ist ja jetzt nicht so nett und so. Und ihr? Welche Schule geht ihr? Äh, was? Ich hab dich gerade noch nicht verstanden. Auch wenn du Stopp-Sauger, bitte. Hä, meine PS4 ist gerade richtig leise. Ja, die ist irgendwie das... Das ist fürs Verhältnis richtig leise. Aber wir haben keinen Stopp-Sauger. Also ich bin ja auch beim Onkel. Äh, nein, das ist nur ein Scherz. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass eine PS4 sehr laut sein kann. Nee, ich hab dir einen Karton bei mir. Einen Karton? In so einen Karton gemacht. Einen Karton für deine PS4? Ich hab die da hingelegt. Du hast deine PS4 in den Karton gelegt? Ja. Okay. Hallo? Hey, was geht? Ist es viel bei dir? Ja, zocken. Du weißt ja, wie das Leben so ist. Ja, Mann. Zieht uns manchmal nach unten, aber man muss kämpfen. Genau. Und ich kämpfe immer weiter. Ich gebe nicht auf. Auch wenn sie mir das Herz gebrochen hat. Ja. Meine Ex. Warum? Weil ich seh so los. Ich seh, du kreier. Ich seh, du kreier. Ey, was singst du da? Ich seh, du kreier. Ich hab keine Ahnung. Ich hab die Schirren. Der Herzschmerz. Und seine Ex-Freundin. Oh mein Gott, meine Ex ruft an. Warte. Fach. Die Kasseine, du Ex ruft an, Digga. Hörst du mich noch, Schnappmacher? Ja. Ich muss kurz zu meiner Ex das Lied vorsingen. Ich bin gleich da. Und der hat irgendwas heute intussen.